Ich liebe das. Ich liebe animierte Filme zu vertonen. Ich durfte es schon ein paar Mal machen in meinem Leben. Und ich finde es ganz, ganz toll, so kleinen Wesen, also Tieren oder auch anderen Wesen, die Persönlichkeit zu verleihen. Und deswegen musste ich da gar nicht lang nachdenken. Außerdem kannte ich auch Peter Rabbit, also Peter Hase, schon von alten Büchern. Und ich mag gerne so klassische Kindergeschichten, auch wenn die jetzt gar nicht so klassisch daherkommt.